Herzlich Willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossner Steady DAX, heute am Dienstag, dem 8. Oktober 2019. Gestern war noch der deutsche Aktienist gut in die neue Börsenwoche gestartet, heute jedoch wieder unter Druck geraten. Hintergrund war hier eine doch schwache Wall Street und das ging natürlich nicht spürlos am DAX vorüber. Heute auf jeden Fall resultierte somit ein Kursrückgang in Höhe von 1,05 Prozent oder umgerechnet 127 Punkten. Charttechnisch, ich hatte es schon angedeutet gehabt, dass ich durchaus davon ausgehe, dass der DAX Schwierigkeiten haben wird, die 100-Tage-Linie jetzt in direktem Atemzug zu überwinden. Somit sind wir wieder im Konsolidierungsmodus angelangt und bleiben vorerst kurzfristig zwischen eben der horizontalen Kursunterstützung und der 100-Tage-Linie ein wenig gefangen. Das heißt, hier muss jetzt ein wirklich positiver oder eben negativer Impuls zustande kommen, um dann die nächste charttechnische Entscheidung herbeizuleiten. Dann ein Blick auf Wirecard, heute ja auch im Fokus gewesen, aber Wirecard konnte hier nicht wirklich überzeugen und rutschte um 4,6 Prozent ab. Ist charttechnisch ähnlich wie der DAX nun an der 100-Tage-Linie gescheitert, allerdings auch hier muss man jetzt vorsichtiger werden, denn natürlich die 200-Tage-Linie, sie hält noch. Das ist letztendlich positiv für die Bullen, aber die Bullen sind jetzt hier auch ein wenig im Zugzwang, hier wirklich schnellstmöglich im Idealfall dann Wirecard wieder zu unterstützen, denn wenn auch hier ganz klar noch eine weitere Unterstützung bei 130 Euro auszumachen ist, so sollte dies nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Oberhalb 130, 136 kann sich das Ganze noch in 160 bis 170 Euro entwickeln, kippt allerdings 130, dann könnte es tatsächlich hier mit ein wenig, ja, unangenehmeren Kursen wieder zugehen. In diesem Sinne, einen schönen Abend nun und nicht vergessen, haben Sie heute Abend schon meine, beziehungsweise heute Morgen, um genauer zu sein, meine Apple-Trading-Idee wahrgenommen. Wenn nein, ich habe Ihnen hier nochmal einen kleinen Ausschnitt in der Ausgabe entsprechend auch als Zitat hinterlegt. Alles Gute, schönen Abend und bis morgen früh!